Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die, Tag 28, 4 Uhr. Der große Tag ist gekommen, heute Abend werden wir um 22 Uhr die Horde erwarten. Werden wir natürlich nicht mehr in dieser Folge schaffen, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe. Ich werde jetzt erstmal nochmal in dieser Folge ein bisschen rumbasteln, sehen, dass wir die Rampe noch ein bisschen weiter ausbauen. Und dann mache ich wieder ein bisschen Pause zwischendurch und dann begrüße ich euch nachher um 22 Uhr pünktlich zum 22 Uhr wieder. Okay, erstmal nochmal kurz an dieser Stelle. Ja, ihr seht hier mein, quasi mein neues Teilprojekt. Ihr seht, ich habe mich da schon so ein bisschen durchgebuddelt und wenn ich jetzt mal hier so direkt in die Ecke gehe, dann seht ihr, wo ich mich befinde. Ich bin hier an dieser Stelle, hier buddel ich mich gerade durch und ihr kennt mein Ziel. Da will ich noch hin. Das erste Drittel haben wir tatsächlich schon geschafft in einer Nacht, also eigentlich sollte es möglich sein, in drei Nächten sich darüber zu buddeln. Weil dann haben wir nämlich direkt einen Durchgang zur Eisenmine. Und nicht nur das, sondern wir haben, deswegen habe ich das ja auch gemacht, wir buddeln uns hier einmal quer rüber bis hier und dann können wir uns von hier nämlich verteilen. Was haben wir hier? Hier haben wir Nitrat, hier haben wir Eisen, Kohle und Nitrat. Also das ist so geil. Also ganz ehrlich, da können wir Nitrat und Kohle holen, hier können wir Eisen holen. Nitrat, das brauchen wir glaube ich nicht an der Stelle und an der Stelle haben wir auch nochmal Kohle. Also hier haben wir auf jeden Fall drei Minen, die wir dann entsprechend verbinden können. Ja, müssen wir mal sehen. Was haben wir hier oben? Da haben wir auch nochmal Eisen, das war ja Kohle an der Stelle. Was haben wir hier noch? Da haben wir auch nochmal Kohle und hier haben wir Öl und Nitrat. So, sonst können wir uns dann weiter buddeln bis hier hinten, bis Ölschiefer, da können wir uns durchbuddeln. Echt kein Scheiß, also wenn ich einen Bohrer hätte, dann würde ich das tatsächlich machen. Alles andere würde wahrscheinlich zu viel Zeit fressen. Wie dem auch sei, apropos Zeit fressen. Ich muss erstmal gucken, dass ich mich erstmal wieder voll futter. So. So, wie schaut es hier aus? Da können wir auch nochmal wieder ein bisschen was rauflegen. Und ich brauche natürlich auch Stein. Ach, zwei Stacks Stein habe ich wieder voll gebratzt. Das ist ja geil. So. 7.000 Eisen haben wir mittlerweile auf Halde. Das ist geil. Das ist richtig gut. Ähm, ja. Was machen wir? Machen wir 2.000, 2.000, 2.000? Ähm. Ups. Oder, ne, 2.000 sag ich schon. 1.500 natürlich. 1.500 pro. Pro Forge. Ich glaube, ja. Dann machen wir das erstmal so. Und hier auch erstmal rein. Zack. Dass wir dann auch wieder Stein einschmelzen. So, wie schaut es hier aus? Da haben wir nochmal 125 Beton. Hier haben wir nochmal 326 Beton. Das heißt, zwei Stacks voll. Nur mit Beton. Das ist gut. Das ist gut. Da können wir schon ein bisschen was machen. Obwohl, das ist natürlich auch wieder ganz, ganz fix weg. So, gehen wir mal oben schluchern, was da sich so rumtreibt. Und dann gucken wir nochmal, was wir noch so machen wollen. Also an der Rampe machen wollen. Und ich wollte noch was essen. Essen ist ja auch wieder das große Thema. Ah, so. Einmal. So, und das Futter natürlich. Noch haben wir ja ein bisschen Reserve. Wollen wir uns das mal trauen? Ach, wir trauen uns das mal. Oh, ein Glück. Das hat funktioniert. Ein bisschen Fleisch dazu. Das muss jetzt erstmal reichen. So viel Stamina brauchen wir beim Bauen ja auch nicht. So. Keine Zombies da. Also bis jetzt hatte ich noch nicht einmal den Effekt, dass ich in der Nacht, egal wie viele Forges ich anhatte, wie viele Schmieden ich anhatte, wie viele Feuer, Lagerfeuer ich anhatte, wie viele sonst was ich anhatte. Das ist komplett egal, wie viel Lärm ich gemacht habe. In der Nacht ist nie, nie was gekommen. Keine Schreierin oder sonst irgendwas. Kann natürlich auch sein, dass es noch kommt. Ich weiß es nicht, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass halt der Bunker, dass das schon wirklich sehr, sehr gut so ist, so wie wir es gemacht haben. So. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch heute irgendwie was machen hier mit diesen Blöcken. Irgendwas müssen wir hier noch machen. Das nutzt alles nichts. Wie viel habe ich davon? Okay. Ich mache das erstmal fertig. Wie schon gesagt habe, ich mache jetzt noch diese eine Folge. Und dann sehen wir uns dann in der Horde wieder. Also werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen alleine weiterarbeiten. So. Wir müssen echt mal gucken, wie wir das hier bauen. Also wir können ja tatsächlich wirklich nur so eine, so eine, wir können ja nur hier reinfallen lassen. Mehr können wir hier an der Stelle gar nicht machen. Wir können hier noch nicht mal irgendwelche an Druckplatten. Sonst hätte ich gesagt, komm, wir bauen noch nicht Druckplatten. Dann hat sich da eine Selbstschussanlage irgendwie, ähm, sich aktiviert. Aber das werden wir wahrscheinlich so zubauen müssen. Musik immer das gefühl als wenn da plötzlich irgendwo in der horde kommt nicht mal jetzt nicht die verraten sondern die wanderhorde das ist so wie einen kalten atem die man im nacken spürt so eine art fühlt sich das immer an ja das richtet mich echt auf ein gemessen das finde ich so schade aber ich habe das auch und das habe ich auch in der letzten folge auch schon mal gesagt ich habe das noch nie gesehen dass wir tatsächlich so eine so eine blöcke haben egal auch gott oder egal wo wir in den vergangenen staffeln immer irgendwie was gebaut haben ob das nun häuser gewesen sind oder sonstige sachen ich habe da nie auch nur ansatzweise ich habe da nie ansatzweise solche probleme gehabt auch nie ein bisschen ein bisschen schade naja gut ist so wie es ist ich bin überlegen ob ich das ding wieder abbau so machen wir auch mal zu so müssen wir erstmal dafür sorgen dass wir das irgendwie hier zu kriegen ich glaube ich setze da mal direkt frames rein andere möglichkeit werden wir nicht haben das wenn sie hier runter fallen dass sie sich dann auch wehtun naja was das wehtun die tun sicher nicht weh aber dass das sie sonst vielleicht ich weiß nicht welchen weg die gehen weiß auch nicht ob das vielleicht denen was bringt wenn jetzt hier runter fallen die fallen jetzt hier und dann werden sie auf die rampe die werden sie auf die säule gehen das ist echt scheiße das ist echt misst das ist echt misst das ist echt misst das muss man sich mal irgendwie ein bisschen absichern dass mehr blöcke da sind desto ja desto mehr können sie sich quasi austoben das ist nicht optimal oder wir müssen die säule mal weg bauen dass die vielleicht dass wir hier alles zu machen dass wir so einen gang machen weißt du dass wir hier so längs marschieren zack 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 dass die hier so längs laufen ich weiß nicht ob die das die das ob die das bereitwillig machen oder ob die jetzt einfach hier darauf zu kloppen das weiß ich nicht so gut gut glaube auch gut 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 Aber wenn die hier so drauf zulaufen, dann könnten die zwar hier längs laufen, aber dann werden die zu stark blockiert, glaube ich. Ich glaube, den Framen wir mal wieder weg. 7000, okay, den lassen wir dann einfach mal. Ja, dann laufen die hier lang. Wir müssen tatsächlich einen so einen Weg am besten bauen. Ich weiß nicht, ob die das machen. Wenn wir zum Beispiel sagen, oder wir nehmen den weg. Ich glaube, wir setzen diese komischen Rampen da wieder hin. Ja, das wäre eigentlich noch eine Idee, was wir machen könnten. Da fallen sie runter. Dann machen wir hier noch mal zu. Ja, das könnte tatsächlich funktionieren. Dann machen wir mal Rezepte. 56. So, machen wir das erst mal. Machen wir noch ein paar Pflastersteine. Ich mache die doch auf Max, würde ich sagen. 1400. Ihr seht, glaube ich, gleich, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Dann bauen wir den nämlich sonst hier... Ja, da ist ein bisschen eine Führung rein. Ja, ich glaube, das machen wir mal so. Was anderes fällt mir jetzt echt auch nicht ein, was wir da machen können. Ähm, und zwar normale Rampen. Machen wir normale Rampen? Äh, ja, ich glaube. Ne, da wollte ich nicht. Da wollte ich hin. Na Mist, das war gerade die richtige Ecke. Na komm. So, und dann bauen wir das so, dass das, wenn die hier runterfallen, dass die dann gleich hier so zum Beispiel gelenkt werden. So, das kloppen wir nachher noch weg. So, dann kommen die ja hier lang. So. Theoretisch. Dann können sie da reinfallen und dann gehen sie hier lang. Oder können wir sonst hier Spikes machen. Dann machen wir nämlich hier dann nämlich auch noch so eine Ecke rein. So, zack. Zack. Ich weiß nicht, ob die sich davon beeindrucken lassen. Ich weiß es nicht. Aber eine andere Möglichkeit haben wir derzeit nicht. Also ich sehe zumindest keine. Wir können nachher vielleicht mal versuchen, dass wir oben die Ecken nochmal irgendwie noch weiter absichern. Irgendwie, irgendwie, dass wir das irgendwie nochmal gewuppt kriegen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das ist jetzt erstmal die erste Alternative, die mir jetzt spontan einfällt. Oh, jetzt ist mal was am Beton weggehen, ne? Alter, alter Finne. Nur wie so ein Scheiß. Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich eine Rampe gebaut habe. Zumindest in den Ausmaßen. So. Auch nochmal. Weil wenn das einigermaßen stabil gebaut ist, also direkt mit, mit Beton, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass die Zombies sagen, äh, nee, das ist mir zu viel Barrikade. Dann gehe ich lieber den einfachen Weg, weil das ist eigentlich deren, deren Natur, dass die möglichst wenig, äh, wenig Hindernisse haben. So, dann bauen wir es auch sowieso gleich ein bisschen stabiler, weil wenn nachher diese Demolisher kommen, die sprengen nämlich die ganzen Laden weg. Also das müssen wir nachher auch auf alle Fälle mit Eisen mal schön aufwerten. So. Machen wir das jetzt auch noch ein bisschen was. So, haben wir das erstmal ein bisschen eingefasst. Hier würden sie, könnten sie natürlich auch reingehen. Das müssen wir erstmal hier wieder zumachen. Ist halt den, ist halt natürlich die Frage, was für eine Wegfindung die nachher tatsächlich drin haben, ne? So, wenn wir das alles schön massiv bauen, dann habe ich vielleicht Glück, dass die sagen, ah, nee, da ich, wie gesagt, ist mir zu viel Widerstand. Dann gehe ich dann doch lieber den einfachen Weg und vor allem, wir bieten es ihnen ja auch an. So. Hier dürfen sie nachher nur eigentlich nicht reinkommen. Ja. Oh, was wir hier alles noch an Material brauchen, ne? Das ist unglaublich. Guck mal, 643 ist schon wieder fast alles am Beton weg. Oh, Gottes Willen. So, das nehmen wir mal wieder auf. So, dann haben sie hier ihre Route, die sie laufen können. Können wir natürlich jetzt hier alles noch mit, mit Spike, ups. Was war das denn gerade? Ja. Warte mal, nee. Ah, nee, ich dachte, der hätte ja sein können, dass da doch noch irgendwas in der Nähe ist. Nee, aber siehst du mal, kannst machen, was du willst. Ah, der Weg wäre natürlich auch nochmal schön, komplett mit Beton, ne? Also den, den kompletten Unterboden. So. Das wäre natürlich auch nochmal super. Ja, mehr, mehr sehe ich denn nicht. Also falls ihr da andere Ideen hättet, ähm, gerne. Es kann ja auch sein, dass einer von euch tatsächlich auch selber mal diesen Fehler gehabt hat. Und, äh, sich da irgendwie Abhilfe geschaffen hat. Und wobei die Situation ist natürlich nicht mal eben so, ähm, ja, replizierbar. Das ist, also es ist ja nicht so, dass das, dass jeder mal rein zufällig eine Rampe baut in der Größenordnung, äh, und dann das gleiche Problem hatte, so wie ich das jetzt gerade hatte. Das ist, äh, relativ unwahrscheinlich. Weil die werden jetzt zwangsläufig da reinfallen. Das, äh, wird der Fall sein. Das wird der Fall sein. So. Da ist soweit fertig. Also zumindest die Front ist fertig. Wollen wir hier nochmal aufwerten? Das sind 40 Blöcke, die wir hier nochmal machen. Ja, komm, machen wir. Dann ist das hier oben auch fertig. Das ist ja der Hauptangriffsbereich. Also, noch, noch. Kann auch sein, dass ich das nachher, dass ich wieder irgendwas übersehen habe und die können wieder ganz woanders angreifen. So. Das haben wir. Hier sieht das eigentlich auch schon ganz gut aus. Also, hier sollen sie angreifen. Die Seiten müssen wir natürlich auch nochmal alle fertig machen. Ja, das dauert, das dauert, das dauert, das dauert, das dauert. Aber ansonsten sieht die Rampe ja schon gar nicht so verkehrt aus, ne? Also, ich meine, hier könnten sie, hier könnten sie nachher hoch. Hier könnten sie nachher hoch. Wie viele Frames haben wir noch über? Das reicht, äh, für 10 Blöcke, für 14 Blöcke. Hm. So, und das ist der zweite Block. Ja, was ist denn die Frage? Wie bauen wir das jetzt weiter? Also, das würde ich jetzt erstmal so lassen, in der Hoffnung, dass die diese eine Rampe hier nutzen wollen. Ich hoffe, dass sie die nicht groß kaputt schlagen. Eine andere Möglichkeit habe ich hier auch gar nicht. Was ich noch machen werde, ist, hier, ich würde hier nochmal alles zumachen. Also, erstmal den äußeren Part zumachen. Weil hier sind ja auch noch überall Frames, also... Hoffentlich hauen sie mir das nicht in Stücke hier, das Ganze. Vor allem, wenn ein Demolisher mitkommt. Ich weiß nicht, ab welchem Level der mitkommt oder an welchem Tag der mitkommt. Und wenn, dann habe ich, glaube ich, ein Problem hier. Dann habe ich wirklich ein deftiges Problem. Weil der kann mir natürlich mit einer Sprengung hier Diverses wegbomben. Aber hoffen wir mal nicht drauf. So, ich wollte auf der anderen Seite noch eine Rampe machen. Ich sage ja, der zweite, das ist der. Hier noch eine zweite Rampe bauen. Oder sagen, was höre ich doch hier? Mist. Hallo, ich will nicht... Danke. So. Hallo, hier bin ich. Mädel, mach es dir doch nicht so schwer. Ich bin noch hier, ich bin noch da. Ist doch alles gut. So, ist doch alles gut. Waren wir hier schon mal drin, ja, ne? Das stimmt, hier hatten wir, glaube ich, den Frameback gehauen. Oh, dann haben wir doch gleich reingeguckt. Ah, Pora, was? Ich glaube, hier waren wir schon mal drin, würde ich fast sagen. Ist doch egal. Soll uns jetzt nicht kümmern, machen wir ein andermal. Ich würde sowieso mal sagen, dass wir die Gebäude links und rechts, dass wir die mal komplett mal zerlegen. Hier hatte ich ja schon angefangen. Das habt ihr, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Habe ich da schon gezeigt? Ich glaube nicht. Habe ich schon mal angefangen, das Ganze hier zu untergraben, damit wir das Gebäude auch mal zum Einsturz bringen können. Ah, es sieht schon imposant aus, ne? Also jetzt ohne mich selbst loben zu wollen, aber es sieht schon nach was aus. So ist es nicht. Das sieht schon geil aus. Wenn das alles nochmal ausgebaut ist mit Beton, denn... Obwohl, ich glaube, ich werde jetzt schon weinen. Ich werde jetzt schon weinen, wenn die Alpha 18 nachher zu Ende geht und die Alpha 19 kommt. Ach, ich glaube, ich werde weinen. Ich glaube, ich werde trauern über Monate. Weil es ist natürlich schon immer so, wenn man so ein Projekt aufbaut, über zig Wochen, Monate vielleicht sogar. Und irgendwann, ach ja, kommt ein neues Update-Bub weg. Weißt du, das ist schon immer ein bisschen... Ja, schade. Ah, wie dem auch sei. Gut. Ähm... Wo machen wir jetzt weiter? Ich wollte... Brauche ich noch eine zweite Rampe? Ich glaube, das wäre besser, ne? So, ich springe mal hier so ein bisschen. Äh, das heißt, ich müsste die hier bauen. Und so, hier muss auf jeden Fall eine Rampe hin. Und dann hatte ich ja gesagt, alle zwei Stücke, ne? Gut. Hatte ich da ne... Ne, die flache Rampe hatte ich hier gesetzt, ne? Nö. 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 Oh, eine. Ja, so eine flache... So eine hatte ich gesetzt. So. Das war doch so, ne? Auf der Seite auch überlappend. Ja. Alles klar. Ah, ist das gruselig. Das ist echt, das ist echt gruselig. Äh, ja, ist richtig, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Dann kommen wir nämlich die Schräge nämlich dazu. Und dann packen wir die Schräge nämlich da hin. Ja, das haut hin. Das alle... Zwei Blöcke so ein. Nein. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Äh, ja. Taut so hin. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ich hatte mir ja auch überlegt, ob ich bewusst halt irgendwelche Zombie-Gänge, nenne ich's jetzt mal, ob ich mir die bauen soll. Also, vielleicht so richtig schön hier mit, mit, mit Bogen und sowas. Ich meine, das gibt's ja für diese Einzelblöcke nicht. So ein Bogen. Aber, dass man bewusst, ähm, Löcher drin lässt. Einmal, damit wir nicht so viel Material verbrauchen. Und zum anderen, um den Zombies dann halt auch alternative Routen zu ermöglichen. Aber auf der anderen Seite ist es dann ja vielleicht auch wieder blöde, wenn man den Zombies zu viel, zu viel Möglichkeiten lässt. Dann haben sie nämlich auch zu viele Möglichkeiten, irgendwas anderes wieder kaputt zu machen. Und das ist auch nicht so toll. Ja. Und das war's schon wieder mit dem Beton. Ja. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, ne? Also fallen sie hier runter, zack. Dann gucken sie, äh, 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 äh. Okay, dann lauf ich hier lang. Weißt du, mit ein bisschen, vielleicht funktioniert das so. Vielleicht. Vielleicht. Ganz, ganz, ganz vielleicht. Hm, auf jeden Fall brauchen wir noch ein bisschen Beton, um den Kram hier aufzuwerten. Klöder, klöder, klöder. So. Zack. So. Das machen wir natürlich auch noch gleich fertig. Das wäre, wie ich schon sagte, die einzige Alternative. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein, was jetzt auch noch was bringen würde. Zumindest nicht so kurz vor der Horde. Hm. Ja, ist alles nix. Okay. Ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich erstmal ein kleines Päuschen, wie ich ja schon sagte, am Anfang der Folge und letzte Folge und überhaupt und generell. Ich werde jetzt erstmal ein kleines Päuschen machen. Ähm, ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, sondern ich wollte eigentlich gesagt haben, ich mache jetzt zwar ein kleines Päuschen, aber ich werde jetzt erstmal weiterbauen und dann begrüße ich euch dann zur nächsten Folge direkt vor 22 Uhr wieder in der Hoffnung, dass es alles hier einigermaßen gut abläuft. Ich habe auch die Befürchtung, dass sie hier nochmal irgendwie beigehen werden, weil sie versuchen vielleicht dahin zu kommen. Ja, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Na. Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Wir werden auf jeden Fall nach der nächsten heute schlauer sein, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert. Ich hoffe, dass es funktioniert oder zumindest in Teilen, dass es zumindest erstmal ausbaufähig ist, das Ganze. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Seven days to five wieder. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.